Hallo, herzlich willkommen zu einem Input-Video im Rahmen des Seminars Moderne Rhetorik am Seminar für Allgemeine Rhetorik im Wintersemester 2020-2021. Thema dieses heutigen Videos und auch der Sitzung in der kommenden Woche ist das Konzept der Fundamentalrhetorik von Peter Lothar Österreich und ich zeige Ihnen als erstes mal ganz kurz ein Foto, damit Sie sehen, wie der aussieht. Das ist ein relativ neues Foto und ich gehe kurz auf die Biografie ein. Ich mache das deshalb immer, weil ich es wichtig finde, zu wissen, woher jemand kommt, welche Einflüsse er hat und in welchem Kontext er eigentlich arbeitet und auch in welcher Disziplin er arbeitet. Peter Lothar Österreich ist Philosoph. Er hat in Essen promoviert, er war in Essen Assistent und hat sich in Essen habilitiert 1990. Essen war in der Zeit, also so von den 70ern bis in die 90er, eines der Zentren der deutschen Rhetorikforschung, denn in Essen lehrte Heinrich F. Platt in der Anglistik. Heinrich F. Platt, wichtige Arbeiten zur rhetorischen Figurenlehre, zuletzt das Buch Systematische Rhetorik aus dem Jahr 2000. Wichtige Arbeiten auch zum Thema Rhetorik der Affekte, das ist die Doktorarbeit von 1975. Frühneuzeitforscher, Shakespeare-Forscher, eine ganz einflussreiche Figur in der deutschsprachigen Rhetorikszene. Und in diesem Milieu, sozusagen in diesen Kommunikationszusammenhängen, hat Österreich gearbeitet und hat seine Schriften verfasst und eben auch das Buch Fundamentalrhetorik. Seit 1995, 1996 war er dann an der Augustaner Hochschule in Neuendettelsau, das ist das Südwestlich von Nürnberg. Er hatte dort einen Lehrstuhl für Philosophie. Die Augustaner Hochschule ist eine theologische Hochschule, das ist eine Hochschule der Landeskirche, also der lutherisch-protestantischen Landeskirche in Bayern. Und er war quasi der Philosoph unter den Theologen, wenn man so will. Er war auch Rektor der Hochschule und wurde dort 2020 emeritiert. Ich zeige Ihnen hier ein Bild von der Verabschiedungsfeier, der Emeritierungsfeier von Peter Lothar Österreich. Olaf Kramer und ich waren dort, sind dort hingefahren. Das war im Januar 2020. Das war ein sehr schöner Abend. Aber blöderweise habe ich keine Bilder gemacht. Ich habe einfach keine Bilder gemacht. Das ist das einzige Bild, was ich gemacht habe. Und Sie sehen hier Österreich von hinten. Also ich habe leider kein Bild, das Österreich von vorne zeigt, sondern man sieht ihn nur von hinten, wie er in der ersten Reihe sitzt. Und die beiden Personen, die stehen, sind rechts die Rektorin der Augustaner und links der Philosoph Vittorio Hösle. Das ist ein sehr bekannter Philosoph, der in den USA lehrt, in Notre Dame. Die beiden, also Österreich und Hösle, kennen sich aus Essen tatsächlich. Und Österreich hat er auch ganz witzige Geschichten erzählt, weil Hösle ist sozusagen Hegelianer. Der hat über Hegel habilitiert sich in Tübingen, ganz jung, mit einer unglaublich umfangreichen und guten Arbeit. Also ein junges Genie im Grunde. Und Österreich ist eben Fichtianer. Dessen sozusagen Hauptschwerpunkt in der historischen Philosophie ist eben die Philosophie von Fichte. Und das ist irgendwie ganz wichtig, weil das ist sozusagen diametral unterschiedlich. Ein paar Publikationen will ich Ihnen kurz vorstellen. Zunächst die Monografie Person und Handlungsstil, eine rhetorische Metakritik zu Gilbert Ryle's The Concept of Mind. Da ist dieser Begriff der rhetorischen Metakritik vielleicht interessant, denn das ist etwas, was Österreich sehr häufig gemacht hat. Also da gibt es einige Arbeiten von ihm, die dieses Konzept angewendet haben auf philosophische Texte, auf historische Texte der Philosophiegeschichte. Und die Idee an dieser rhetorischen Metakritik ist, vor allem bei solchen Texten, die Österreich rhetorikpugnant nennt, das heißt Texte, die eigentlich rhetorikfeindlich sind oder eine rhetorikfeindlichkeit zu erkennen zu geben, bei diesen Texten tatsächlich eine sozusagen eine verborgene Wirkungskraft der Rhetorik herauszuarbeiten, rhetorische Strategien, rhetorische Darstellungstechniken herauszuarbeiten und damit zu so einer Art, ich glaube, er verwendet den Begriff nicht, aber letztlich würde es darauf hinauslaufen, zu einer Art Dekonstruktion dieser Texte zu kommen. Fundamentalrhetorik ist das Buch, worum es heute geht. Das ist gewiss Österreichs Hauptwerk zu bezeichnen. Dann hat er zwei Bücher Philosophie historischer Natur vorgelegt, Philosophen als politische Lehrer und das gelehrte Absolute, Metaphysik und Rhetorik, bekannt Fichte und Schelling. Und bei diesen Büchern geht es eben auch dann tatsächlich nochmal darum, so ein rhetorisches Moment in der Philosophiegeschichte freizulegen. Also auch bei Philosophen als politische Lehrer tatsächlich zu überlegen, also das sind ja auch Figuren, die in die Öffentlichkeit hineinwirken, die kommunikativ auf eine Gesellschaft einwirken und das herauszuarbeiten. Dann hat er eine wichtige Ausgabe von Fichters Schriften zur angewandten Philosophie herausgegeben im Deutschen Klassiker Verlag. Eine sehr umfangreiche Ausgabe mit Kommentar. Und 2019 erschien dann nochmal ein Sammelband mit gesammelten Schriften von ihm, vor allem neueren Datums unter dem Titel Rhetorisches Denken zur Philosophie der Rhetorik und Rhetorik der Philosophie. Drei Aufsätze will ich Sie noch ganz, ganz kurz darauf hinweisen. Der erste Aufsatz, Polypersonalität, ist ein relativ neuer. Das steht auch für sein Interesse von Österreich in den letzten Jahren. Dieses alte philosophische Problem, das ja auch im Idealismus tatsächlich sozusagen gewisserweise kulminiert, das Problem des Selbstbewusstseins aus einer rhetorischen Sicht anzugehen und zu beschreiben durch die Theorie, wie er sie nennt, der Autoinvenienz. Also das ist sozusagen ein systematischer Versuch, mit rhetorischen Mitteln ein philosophisches Problem zu lösen. Dann möchte ich Sie auch noch darauf hinweisen, auf den Artikel Anthropologische Rhetorik im HSK Rhetorik und Stilistik von Knabe, Fix und Garz 2008. Ich hatte ja schon gesagt, dass den Artikel im historischen Wörterbuch der Rhetorik Franz-Hubert Drobling geschrieben hat. Der ist auch sehr gut. Den Artikel im HSK hat Österreich geschrieben. Und wenn jemand von Ihnen sich für diese Richtung sozusagen der modernen Rhetoriktheorie interessiert, dann ist es sinnvoll, diese beiden Artikel mal nebeneinander zu legen und vergleichend zu lesen, denn die haben doch einen unterschiedlichen Zugang zu diesem Phänomen der rhetorischen Anthropologie oder der anthropologischen Rhetorik. Der dritte Aufsatz, den ich Ihnen vielleicht noch empfehlen möchte, wäre, sich gerade für diese philosophiehistorischen Arbeiten von Österreich interessiert und wie sozusagen die Rhetorik einen Zugang zu diesen Philosophen ermöglicht. Gibt es einen Artikel im Handbuch Rhetorik und Philosophie von Hetzel und Posselt, 2017 Rhetorik und Philosophie bei Kant im deutschen Idealismus und in der Romantik. Und das sind ja sozusagen Österreichs historische Arbeitsschwerpunkte. Das Buch will ich Ihnen auch noch kurz zeigen. Das ist die Festschrift zum 65. Dieses Jahr oder letztes Jahr, muss man sagen, erschienen, 2020. Pithanologie, das ist sozusagen ein Kunstwort, das Österreich erfunden hat, sozusagen die Kunst des Beweisens. Pithanologie. Da hat es auch einen Aufsatz von Olaf Kramer drin und auch einen von mir. Und um dieses Buch soll es jetzt im Folgenden etwas ausführlicher gehen, um das Buch Fundamentalrhetorik. Und da unterscheidet Österreich so in einem Einleitungskapitel, bevor es dann weitergeht mit sozusagen Heidegger und solchen Fragen und dann auch stärker systematischen Fragen, unterscheidet er sechs Rhetorikbegriffe. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, weil Österreich in seinem Buch und auch weitgehend in seinen Arbeiten eben nur einen Teil dieser sozusagen philosophischen Fragen oder dieser Fragen jetzt der Rhetoriktheorie bearbeitet. Und ich werde Ihnen da jeweils ein bisschen was dazu vorlesen, hier aus Fundamentalrhetorik. Erstens das Phänomen des Rhetorischen, das heißt das relativ natürliche menschliche Redenkönnen und die ihm korrelierende persuasive Redepraxis, in der sich das Seinsverständnis einer kulturellen Lebenswelt öffentlich artikuliert. Phänomen des Rhetorischen Rhetorik spielt für die Fundamentalrhetorik auch eine zentrale Rolle, eben diese Frage der natürlichen Redefähigkeit, des natürlichen Redenkönnens. Zweitens die Technik der Rhetorik als Ars Rhetorica, der Kanon technisch praktischer Regeln. Regule, wir würden vielleicht eher Precepta sagen, ist ein gängigerer Begriff, aber man weiß, was von der Sache her gemeint ist. Eben die Kunstregeln der Rhetorik, illustrierende Beispiele, Exemplar zur artifiziellen Einübung ex agitatio des persuasiven Redenkönnens. Drittens dann die Wissenstheorie der Rhetorik. Sie bestimmt den epistemologischen Status der Ars Rhetorica und beschreibt das Wesen, die Möglichkeiten und Grenzen ihres technischen Wissens. Dann viertens, das ist worum es heute geht, die Fundamentalrhetorik. Die deskriptive Theorie, die das Phänomen des Rhetorischen begrifflich definiert und in seiner anthropologischen bzw. ontologischen Bedeutung expliziert. Fünftens die Ethik der Rhetorik. Die präskriptive Theorie der praktischen Prinzipien für das verantwortliche persuasive Redehandeln in der lebensweltlichen Öffentlichkeit. Sechstens die rhetorische Metakritik der Philosophie. Da haben wir sie wieder. Die kritische Selbstaufklärung der philosophischen Vernunft über das ihrer eigenen Rede- und Textproduktionspraxis innewohende rhetorische Moment. Und auch, würde man mit Österreich vielleicht sagen, auch das unumgängliche, vielleicht unumgängliche rhetorische Moment. Und da gibt es noch eine Fußnote unten an der Seite, die Fußnote 19. Die lese ich Ihnen vielleicht auch noch vor, weil das auch nochmal dieses Konzept der rhetorischen Metakritik noch etwas weiter erklärt. Die rhetorische Metakritik, heißt es dort, lässt sich weiter differenzieren in die Technik der rhetorischen Kritik philosophischer Texte, die Theorie der rhetorischen Formen philosophischer Rede und die sich daran anschließenden wissenschaftsethischen Probleme bezüglich eines legitimen Gebrauchs rhetorischer Mittel in der Philosophie. Also da wird nochmal so in drei Unteraspekte das Ganze ausdifferenziert. Damit zum Konzept der Fundamentalrhetorik. Nochmal vom Beginn des Buches vielleicht zwei Zitate. Das erste kommt auf der Folie und dann kommt auf der nächsten Folie nochmal eins. Zitat. Mathematisch bezieht sich der Entwurf einer Fundamentalrhetorik auf das Phänomen des Rhetorischen. Das ist ja der erste Punkt. Das heißt, die inartifizielle Rhetorik der Lebenswelt. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Die inartifizielle Rhetorik der Lebenswelt. Das kunstlose, persuasive Reden können des Menschen seine in der Regel alltäglich unspektakuläre persuasive Redepraxis und das sie korrelierende öffentliche Selbstverständnis. Das heißt, was Österreich hier macht, ist sozusagen über die Konzeption der Rhetorik als Kunstlehrer, also als Technie Rhetoricae oder als Art Rhetoriker hinaus zu gehen. Auch sozusagen die Form sozusagen des natürlichen persuasiven Redekönns, die den Menschen immer schon eignet, auch jenseits rhetorischer Ausbildung. Dann machen wir weiter. Nochmal zu diesem Phänomen der natürlichen Rhetorik versus der artifiziellen Rhetorik. Weiter nochmal Österreich. Ich zitiere ihn, demnach wurden auch die Kategorien der Ars-Rhetoriker im Blick auf gelungene Vollzüge kunstloser und vorartifizieller Persuasion gewonnen und beziehen sich als praktische Kunst oder Wissenschaft wiederum auf die lebensweltliche Redepraxis. Als regelhafte Verallgemeinerungen weisen die Kategorien der Kunstrhetorik auf die konkrete Lebenspraxis zurück, der sie entstammen. Dem Phänomen nämlich der relativ natürlichen Rhetorik der Lebenswelt. Und das ist sozusagen eine Begründungsfigur rhetorischer Theorie oder rhetorischer Ars, die wir kennen von Cicero aus dem ersten Buch 1.146. Und ich lese Ihnen auch dieses Zitat von Cicero nochmal vor. Berühmtes Zitat sozusagen der Begründung rhetorischer Theorie. Die eigentliche Leistung aller Regeln aber sehe ich nicht darin, dass die Redner, die sich an sie hielten, Ruhm in der Rede, Kunst erlangten, sondern darin, dass gewisse Leute das, was berätete Männer schon von sich aus taten, beobachteten und zusammenstellten. Das ist diese berühmte Stelle. Nochmal ein Satz weiter vielleicht. So ist nicht die Berätsamkeit aus einem theoretischen System, also top-down sozusagen, sondern das theoretische System aus der Berätsamkeit, also bottom-up, entstanden. Also da ist eben die entscheidende Beobachtung von Cicero das, was berätete Männer schon von sich aus taten. Das ist eben im Grunde diese inartifizielle, natürliche Form der Rhetorik, die es eben auch schon gibt, bevor es rhetorische Theoriebildung, bevor es die Ars Rhetorica gibt. Das ist sozusagen die Grundannahme und sozusagen die Perspektive auf die Rhetorik, die Österreich hier in dem Eingangskapitel von Fundamentalrhetorik entwickelt. Damit kommen wir zur Kritik. Ich will Ihnen zwei Kritiker vorstellen. Der eine ist Joachim Knape im Was ist Rhetorik? in dem kleinen Reklambändchen. Der zweite wird dann gleich Robling sein. Franz-Hubert Robling. Ein Zitat von Knape. Die Fundamentalrhetorik, das ist ja ein Begriff, den Knape auch verwendet und den hat er von Österreich. Österreich ist 1990, Knape ist 2000. Den hat er im Grunde einfach von da übernommen, weil es auch ein guter Begriff ist. Die Fundamentalrhetorik fiele mit der allgemeinen sozialkommunikativen Kompetenz des Menschen zusammen. Wenn sie im Sinne Peter Lothar Österreichs die Zitat, jetzt kommen so ein paar Zitate aus dem Heidegger-Kapitel von Österreichs Fundamentalrhetorik, die Zitat natürliche Grundbedingungen des Menschen als ein öffentlich Redenkönnendes in der Welt sein wäre und die Kunstrhetorik demgegenüber nur mehr den Versuch ihrer Zitat weiter reflexiv-technischen Aneignung darstellte. Um den Begriff der Fundamentalrhetorik, schreibt Knape, als Teil einer speziellen Kommunikationstheorie noch Trennschärfe zu belassen, das ist ja einer der Leitmotive, in was uns Rhetorik tatsächlich die Rhetorik zu bestimmen, als eine spezielle Kommunikationstheorie, nämlich eine spezielle Kommunikationstheorie der persuasiven Kommunikation und dem gegenüberzustellen, allgemeine Kommunikationstheorien, was die Rhetorik nach Knape nicht ist. Also, als Teil einer speziellen Kommunikationstheorie noch Trennschärfe zu belassen und ihn nicht dem oben bereits angesprochenen allgemeinkommunikativen Missverständnis auszusetzen, darf er nicht schon jeden Gebrauch der Sprache schlechthin meinen und auch nicht aus dem Gegensatz zur Kunstrhetorik heraus definiert werden. Und da können wir uns fragen, ist diese Kritik substanziell? Trifft diese Kritik dasjenige, was Österreich tatsächlich meint? Und ich denke, nein, denn wovon Österreich ja nicht spricht, ist einfach nur sozusagen allgemeines Reden kommunizieren können als anthropologisches Faktum, sondern Österreich hat ja schon im Blick das Persuasive reden können. Das heißt, die Perspektive der speziellen Kommunikationstheorie. Also das stimmt einfach nicht, würde ich sagen. Das ist ein Vorwurf, den man Österreich, denke ich, nicht machen kann, denn das steht dort einfach so nicht. Der zweite ist Franz-Hubert Drobling, Hypostasierte Anthropologie. Das ist ein Aufsatz aus dem Jahr 2000 aus dem Kopperschmidt-Band Rhetorische Anthropologie. Der geht ein bisschen zurück auf eine Rezension, die Robling geschrieben hat, zu Österreichs Buch, die 1992 im Jahrbuch Rhetorik erschien. Und in diesem Aufsatz hat Robling die Kritikpunkte, die ja da so, ja, die in Nutze sozusagen schon angelegt sind, nochmal genauer auszuführen. Er nennt fünf Kritikpunkte systematisch und ich möchte auf zwei eingehen, weil die zwei scheinen mir doch die wesentlichen zu sein. Das sind also so Überschriften und die dritte Überschrift ist Alltagsrhetorik ohne Kultur. Vorwurf an Österreich, das Ausspielen der Alltagsgegend, die Kunstrhetorik bleibt fiktiv. Zweites Zitat. Sicher gibt es einen Unterschied von artifiziell entwickelter, ästhetisch ausformulierter Kunst, Eloquenz und dem alltagspraktischen Können im Reden, aber beides ist nicht einfach als Kunst und Kunstlosigkeit gegeneinander zu stellen, da jedes als so oder so geeignete Kulturtechnik Resultat von Bildung und Erziehung des Individuums ist. Österreich spricht in diesem Punkt zu abstrakt, das ist der Hauptvorwurf zu abstrakt, über das Verhältnis von Person und Öffentlichkeit. Nur deshalb kann er beides von den Bildungsvoraussetzungen trennen. Und da ist so das Argument von Roebling ja, auch wenn man jetzt nicht über Bildungsinstitutionen spricht, aber sozusagen im Prozess der Sozialisation nehmen wir doch einiges immer schon auf, wie Dinge funktionieren, wie man erfolgreich redet, auch bevor es sozusagen eine ausdifferenzierte rhetorische Theorie oder eine Ausrhetorika gibt. Das lasse ich zunächst mal so stehen, sondern gehe zum nächsten Punkt weiter, weil die beiden dann zusammenkommen. Das ist der vierte Punkt, existenzial-ontologische Fixierung und Deutung des rhetorischen Auszweiterhand. Roebling kritisiert an der Stelle den Bezug auf Heideggers Analyse des menschlichen Daseins in Sein und Zeit mithilfe der aristotelischen Pathoslehre. Das ist ein Kapitel in Österreichs Buch, relativ weit vorne, ein grundlegendes, fundierendes Kapitel. Dadurch schreibt Roebling, würden rhetorische Begriffe ontologisiert, was zur Abstraktheit und Fixierung führe. Also da haben wir diesen Vorwurf der Abstraktheit schon wieder. Vor allem die Geschichtlichkeit wird aus den rhetorischen Begriffen herausgetrieben. Roebling fordert stattdessen, dass die Anthropologie des Homo rhetorikus geschichtlich und kulturell konkret behandelt wird. Und über den Punkt kann man, glaube ich, noch einmal etwas genauer nachdenken. Ich werde Ihnen gleich auch noch mal ein Zitat liefern, was eigentlich Anthropologie in der Philosophie ist. Und da wäre meine Vermutung, dass letztlich eigentlich Roebling und Österreich etwas anderes wollen. Und dass das, was Roebling will, eigentlich keine Anthropologie ist. Denn sobald es historisch wird, sobald es kulturell wird, ist es keine Anthropologie mehr. Und der Vorwurf der Abstraktheit geht in meiner Auffassung, in meiner Sicht, eigentlich an Österreich vorbei. Denn es ist ja genau gerade der anthropologische Blickwinkel auf das Rhetorische. Das merkt man ein bisschen am Ende des Aufsatzes von Roebling, wo er auf den Orator und die Oratrix eingeht, also die weibliche Rednerin, und man sagt, ja, okay, das ist ein Thema in der Rhetorikforschung. Die Erforschung, sagt er, Roebling, des kulturellen Geschlechts, Gender, als einer der wichtigsten der rhetorischen Anthropologie. Und da sieht man auch noch mal das, wo ich denke, ja, da ist letztlich so ein Kategorienfehler drin. Denn das, was die Genderforschung ja macht, was die Gender Studies machen, ist die kulturelle Konstruktion von Geschlecht zu untersuchen. Und nicht sozusagen das anthropologische Immer-so-Sein einer binären Geschlechterdifferenz. Da würde man landen sozusagen geschlechtertheoretisch bei Entwürfen von sogenannten natürlichen Geschlechtscharakteren, wie man sie eben in der Philosophie und Anthropologie um 1800 formuliert hat. Aber aktuell und gegenwärtig ist es nicht mehr. Das heißt, da scheint mir doch ein falsches Verständnis von Anthropologie zugrunde zu liegen. Und um das noch mal zu explizieren, gehe ich noch eins weiter und gehe zu einem Artikel von Oswald Schwemmer aus der Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie im ersten Band 2005, herausgegeben von Mittelstraß. Oswald Schwemmer ist Philosoph und hatte einen Lehrstuhl für philosophische Anthropologie an der Humboldt-Uni in Berlin. Also tatsächlich einer der Fachmänner in Deutschland, in der Philosophie. Was schreibt er definitorisch? Anthropologie, Titel für die Lehre von der Natur des Menschen. Diese Natur besteht in verschiedenen Konzipierten universell. Jetzt kommt es universell. Das heißt, unabhängig von den Verschiedenheiten der Individuen, Gruppen und Kulturen, sowie unabhängig vom Wechsel der Situation und Verlauf der Geschichte. Anthropologie ist eben gerade dieses Abstrakte und ist eben gerade nicht das Historische und Kulturelle. Das heißt, da sieht man noch mal ganz klar, dass eigentlich sozusagen bei Robling der Anthropologiebegriff, ich möchte jetzt nicht sagen, ein falscher ist, aber zumindest ein anderer Anthropologiebegriff ist, als der, den Österreich in seinem Buch zugrunde legt. Also universell prädizierbaren Eigenschaften des Menschen, besonders seines Handelns und Redens. Und wenn man den Artikel dann weiterliest, geht Schwemmer auch davon ein, dass man der Anthropologie immer Vorwürfe gemacht hat. Und das sind eben Vorwürfe, die genau vom Argument her dem entsprechen, was auch Robling Österreich vorwurft. Das heißt im Grunde, Roblings Kritik an Österreich, das sind eigentlich Standardargumente gegen die philosophische Anthropologie, die man natürlich in der philosophischen Anthropologie seit Jahrzehnten behandelt und auch längst, sagt Schwemmer, der dem Fachgebiet angehört, und längst auch schon entkräftet hat. Die Einordnung der Robling Kritik in die Diskussion um philosophische Anthropologie, nämlich dieses Gegenargument Roblings entspricht, oder wenn man das mit Schwemmer sozusagen liest, dem Typus des historischen Einwands, der Geschichtsphilosophie oder des Historismus, dass, Zitat, in einer Anthropologie die historische Bedingtheit menschlichen Verhaltens, Handelns und Erfahrens vergessen werde. Also das ist sozusagen eine Kritik, und der Schwemmer sagt, ja, die kommt immer von Seiten des Historismus oder der Geschichtsphilosophie, das ist so ein Standardargument. Allgemeinheit der thematischen Erfahrung gegen deren historische Kontingenz, und da gibt es eben in der philosophischen Anthropologie, vor allem in der phänomenologischen Natur, der auch Österreich sozusagen quasi einer Essener Herkunft zugehört, da gibt es eben ein Standardgegenargument, auf das ich nur ganz kurz eingehe, und auch so eingehe, dass es wahrscheinlich gar nicht wirklich verständlich wird, aber nur um Ihnen zu zeigen, diese Robling-Kritik passt sich eigentlich ein in einen Diskurs oder eine Auseinandersetzung um sozusagen die Legitimität philosophischer Anthropologie überhaupt. Das Argument sozusagen der Anthropologen ist nämlich, dass auch historisches Verstehen nur gelinge, weil in den verschiedenen historischen Situationen gleiche Erfahrungen gemacht werden können. Also auch da gibt es sozusagen ein anthropologisches Fundament im konkret Historischen. Gut, damit komme ich so langsam zum Schluss. Wir haben ja in unserem Seminar ganz bewusst manchmal so kleine Tandems gemacht. Knabler und Kopperschmidt ist so ein Tandem, aber Blumberg und Österreich sind eben auch so ein Tandem. Das sind eben in der Rhetorik und Philosophie die beiden in Deutschland, die Philosophen, die sich um das Verhältnis von Anthropologie und Rhetorik Gedanken gemacht haben. Und zwar mit einem sehr unterschiedlich, einem diametral unterschiedlichen Ansatz, denke ich. Blumberg haben wir ja gesehen, der geht ja aus von der Diagnose des Menschen als Mängelwesen. Mängelwesen ist der Mensch, der sozusagen nicht in der Lage ist, zur endgültigen Wahrheit zu kommen, zur endgültigen Evidenz zu kommen und der das kompensieren muss durch Rhetorik. Und der das nicht schlecht kompensiert. Also der Mensch bleibt sozusagen im Besitz der Rhetorik nicht beim Mängelwesen, sondern er wird sozusagen doch ein reicheres Wesen, weil er in der Lage ist, das eben zu kompensieren. Österreich dagegen geht ja von einem ganz anderen Ausgang aus. Er sagt ja im Grunde, schon im Stadium des Inartifiziellen, des Rhetorischen, also in den Punkten die Nummer 1, schon da ist der Mensch in der Lage, sozusagen persuasiv zu reden, also das Überzeugen reden können. Das ist etwas, was den Menschen mit der Anthropologie mitgegeben ist. Für diese erkenntnistheoretische Dimension interessiert sich Österreich nicht. Genauso wenig, wie man sagen kann, dass sich bei Blumenberg diese ontologische Dimension ganz im Zentrum steht. Österreich kommt eben stärker von Heidegger her, ganz stark. Und da kann man eben sagen, dass bei Österreich immer schon eigentlich eine Konzeption des Menschen als reiches rhetorisches Wesen vorherrscht. Also da unterschiedliche Ansätze auf unterschiedlicher Theoriegrundlage und auch unterschiedliche Konzeptionen dann auch von der Funktion des Rhetorischen. Damit sind wir beim Schluss angelangt der heutigen Sitzung, auch dieses heutigen Videos. Ich zeige Ihnen noch schnelle Literatur, für die, die etwas nachlesen wollen und die vielleicht auch nicht im Seminar sind, sondern die das Video auf YouTube oder auf Microsoft Streams nachhören, nachschauen und die Literatur lesen wollen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr auf die Diskussion im Seminar, die wir haben werden. Bleiben Sie gesund, sage ich wie immer, aber es ist heute so nötig wie vielleicht noch nie. und bis zum Mittwoch. Vielen Dank.